Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim Whisky Bubbler und heute habe ich für dich den Campbelltown Loch dabei. Ist es ein Springbank oder nicht? Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die Spur. Campbelltown Loch am Blended Malt, was steckt genau drin? Viel Spaß dabei. Campbelltown Loch Blended Malt Scotch Whisky. Was steckt da genau drin? So die richtigen Angaben, Transparenz habe ich jetzt gar nicht gefunden. Man sieht natürlich J.R. Mitchells & Co. Okay, Mitchells. Okay, kommt natürlich aus dem Hause Springbank. Steht hier auch drauf, Blended & Bottled at Springbank Distillery, Campbelltown Scotland. Die Frage ist, Blended Malt. Also haben wir quasi einen Blend, wo einfach nur Springbank, Longwell, Hazelburn, Glen Geil, also mit Kid Cavan drin ist und Glen Scotia, weil hier drauf steht, Blended Scotch Malt Whisky created solely from Campbelltown 5, Self-Distinct Single Malt. Ja, das würde das heißen. Ich überlege gerade, ob ich irgendjemanden vergesse, was es nicht gibt. Ja, haben sie irgendwie einen Löffel von irgendeinem alten Sonstwas rein? Vergesse ich gerade irgendwas? Das ist halt quasi das, was sie machen. Sind das irgendwelche Rezepturen, die sie da anweisen? Auf jeden Fall Blended. Wenn, könnte man ja nur sagen, Springbank und Glen Scotia steckt drin. Der Whisky wurde auch an vielen Stellen, ja, will ich schon sagen, gehypt oder irgendwie wie sehr positiv. Wir haben es natürlich mit einem Produkt, was leicht Pee ist zu tun, ja, oder so ein bisschen so einen rauchigen, erdigen Charakter hat. Gleichzeitig ist es so, wo wir uns die Frage stellen, ist es denn ein Springbank 10? Nein, ist es besser als ein Springbank 10? Zumindest hätte ich gesagt, preislich ist es das Gleiche. Na, das stimmt natürlich auch nicht mehr. Das war früher mal. Springbank 10 ist mittlerweile, ihr wisst ja selbst, musst du ja irgendwie eine Bank ausrauben für, um ranzukommen. Gefühlt, wenn du einen Local Dealer hast, kriegst du nochmal so einen Spaß im Netz. Schwierig, wer einen hat, schön. Und ich habe mir gedacht, das vergleichen wir mal. Ja, natürlich kann man sagen, okay, das kann nicht passen. Die Suppe hier vom Campbelltown Loch ist ja irgendwie viel dunkler. Ja, also wie gesagt, wir haben den Springbank 10, relativ hell und dann haben wir hier das Campbelltown Loch. Gut, jetzt könnte natürlich, uh, so dunkel ist er gar nicht. Ja, ein bisschen ist dann schon was drin. Zumindest von, ich habe ihn hier schon probiert, wirkt er, als hätte er einen gewissen Sherry-Cask-Anteil drin. 46 Prozent beide. Beide sozusagen, hier, ne, gleiche Etikett, gleiche Flaschen, man sieht gleiche Aufmachung. Hier steht halt Blend drauf, schreckt die Leute ab, ist dann ein bisschen günstiger, kriegst du für 40 Euro. Aber hier scheint es auch so zu sein, dass man sagen muss, der variiert von Batch zu Batch. Ja, also hauptsächlich gut, aber es scheint wohl auch stärkere und schwächere Batches zu geben. Genauso wie es eigentlich bei Springbank 10 ist, muss man auch so sagen. Die haben in letzter Zeit gute Qualität gehabt, aber da waren auch einige Batches. Car-Strength-Batches unterscheiden sich auch. Also jeder, der schon mal Springbank ein bisschen probiert hat, weiß, und da unterscheidet sich was. Ich probiere die mal so ein bisschen zu vergleichen vom Nosing her. Wie gesagt, ich habe die ja frisch eingeschenkt gerade. Man merkt auf jeden Fall hier schon einen anderen Stil, Campbelltown Loch. Deswegen greife ich gerade so ein bisschen erst nochmal. Ihr müsst euch gedulden zum Springbank 10, weil ich glaube, der Sherry-Anteil ist hier höher, hat ein bisschen mehr Aromen. Die Frage ist, ob der Springbank ein bisschen mehr Rauch hat. Trinken werde ich sie in der anderen Reihenfolge. Du hast hier natürlich den mineralischen Touch, diesen erdischen Touch, ein bisschen Funk. Eigentlich müsste ich mir noch so einen kleinen Scotia schnappen. Da habe ich nur Festival-Abfüllungen, die sind am Port rum und so weiter gerade offen. Klassischen 10er oder so. Wäre auch, glaube ich, ein spannendes Line-Up. Also man sieht, mit Campbelltown kann man sich auf jeden Fall beschäftigen. Du kannst ein paar Abfüllungen haulen und du brauchst eigentlich nur den Springbank 10. Vom Campbelltown Loch gibt es auch noch Altersangaben. Da gibt es ganz viele Verrückte. Man kriegt nicht mehr alle so. Diesen kannst du ganz regulär in einem Shop kaufen. Also für jeden, der sagt, ich will Campbelltown probieren, schauen wir mal, ob das eine Alternative ist. Ja, man hat einfach diese cremischen Noten, ein bisschen Holz. Mineralischen Stil, Insel, oder was heißt Insel, Küstenstil, so ein bisschen was Salziges drin vielleicht. Cremig. Leichter Piet-Charakter, der sich da versteckt. Springbank ist jetzt nicht so rauchig, aber da ist schon so ein gewisser Rauchstil drin. Die Flasche hat jetzt schon echt einen tiefen Stand, der, ich meine ihn mir, rauchiger vorzustellen, als ich die vielleicht frisch geöffnet hatte. Ja, und hier kommt halt gleich so ein bisschen was Traubiges, Sherry-artiges. Nicht so krass wie bei einem Springbank 15. Den haben wir jetzt hier nicht im Vergleich. Wäre vielleicht so die Mischung. Ist da was vielleicht drin, so vom Stil oder von ähnlichen Fässern sozusagen. Aber wir haben auch wieder so ein bisschen diesen Funk drin, so einen leichten Rauchstil. Küstenartig, salzig, maritim. Und dazu aber so was Dunkles mit viel mehr Röstaromen. Ich finde, der Campbelltown Loch hat eine viel kräftigere Nase. Krass ist gerade, wenn ich schwanke vom Campbelltown Loch zurück auf den Springbank, kriege ich irgendwie so einen Zimtcharakter, den ich gerade gar nicht hatte. Der eher so dieses noch maritime. Also hier sind einfach auch Früchte drin, eine gewisse Süße. Ich würde aber sagen, der wirkt runder. Der Springbank 10 ist ein bisschen kantiger. Das ist jetzt ein bisschen rundiger, süffiger. Das, was wir uns von einem Blend auch eigentlich erwarten. Dass er gefährlicher ist, dass er jetzt nicht komplexer oder ausgeprägt, aber runder, lecker, süffig. Von der Nase kann ich es auf jeden Fall bestätigen. Gefällt mir beides gut. Ich mag Springbank 10, der Campbelltown Loch. Jo. Tut sein Ding. Die Röstaromen, diese dunkle Frucht, schwingt halt die ganze Zeit vordergründig mit. Dann kommen die anderen Aromen, dann übertrumpfen die das wieder so. So muss man das vorstellen. Nase habe ich lange genug reingehalten, wird es halt mal zu probieren. Ich würde sagen, ich verkoste denen einfach mal den Campbelltown Loch und ich hoffe, ihr habt auch was Spannendes im Glas. Vielleicht habt ihr ja einen davon. Ich probiere vielleicht, bevor ich ihn probiere, was kann man sagen? Campbelltown Loch ist ein relativ aktuelles Badge, würde ich sagen. Hier steht drauf, 20. Juni 2023, 23-122. Das heißt, ihr werdet den dann auch finden. Wie gesagt, gehört alles zu Springbank offiziell auch. 20. Juni 2023 ist nicht so lange her. Wir haben hier Oktober vor vier Monaten gebottelt hierher. Scheint also das letzte oder das vorletzte Badge zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Badges die rausbringen, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man rankommt. Ob man genau an das noch rankommt, weiß ich nicht. Ich habe das gerade erst bestellt im Oktober. Kann man dazu sagen. Ist das ein Badge, was man bekommt? Auf jeden Fall. So, jetzt probiere ich. Es ist langsamer. Schön. Gefällig, ja, leichter Rauch ist da. Gerade im Geschmack. Auf der Zunge merkt man es nochmal deutlicher. 46 Volumenprozent, gut eingebundener Alkohol, Röstarom, Süße, Frucht, Salz. Dann kommt wieder das Holz. Zwischendrin immer wieder dieses Rauch. Leicht salziger Charakter. Diese maritime Note. Schwierig. Die blitzt nur so auf, ist eher schneller weg, ist mehr in der Nase. Man kriegt vielleicht noch so eine leichte Würze, aber auch die ist relativ schnell weg. Und dann übernimmt wieder die Frucht, Röstarom, Schokolade. Sehr, sehr süffig. Ich muss vielleicht sagen, ich habe den auch aufgemacht, den Whisky. Mir ins Glas gelassen, nicht lange gewartet. Einen Tag habe ich gewartet, die Flaschen lasse ich meistens erstmal stehen, damit die sich von der Temperatur, wenn die jetzt mit der Post kamen, wie hier, dann brauchen die natürlich ein bisschen, den habe ich schon mal als Beifang mal mitgenommen, weil er mich interessiert hat. Als ich den Dajun, den wir da hinten sind, gekauft habe, da dachte ich, nimmst du den mal mit. Wollte ich eh mal probieren. Und nachdem die den Tag gestanden haben, sozusagen, ran und der war sofort da. Wie heute, wie jetzt. Das ist einfach unglaublich. Ja, ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt mal zum Springbank, weil dieses super kantige oder so hat er nicht. Wirkt schon sehr rund. Hat aber einen Cherryanteil, den man nicht wegdenken kann. Röstarom, Süffig. Ja, jetzt hier die Nase, eher flacher, kantiger, zentrierter auf diesen Springbank-Stil. Rauchlevel ist ähnlich. Hier kriegst du das Bourbon-Fassartige, das Malzige. Es ist natürlich viel ausgeprägter da. Strohig, malzig, Holz, Würze. Heller Pfeffer, ein bisschen Funk, ein bisschen Maritim. Aber es ist schon schön, was dieser Springbank liefert. Der ist von übrigens 13.09.2017. Ist auch schon gut sechs Jahre her die Flasche gekauft. Vielleicht war das noch ein Restbestand. Da gab es ja massig Springbank zehn Jahre damals. Vielleicht habe ich den 18 gekauft. 17, 18, 19. Ich weiß es nicht. Müsste ich mal nachgucken. Aber wenn ich den 17 gekauft habe, ich habe den nicht gleich aufgemacht. Ich hatte den relativ lang gestehen, habe den dann aufgemacht. Steht jetzt aber auch schon drei, vier Jahre wahrscheinlich. So 2,20. Könnt ihr mal gucken, wann ich das Video gedreht habe. So um die Zeit wahrscheinlich. Meistens sind ja schon die Flaschen, ich mache sie auf, drehst. Da war der Füllstand wahrscheinlich auch noch voll. Der stand jetzt relativ weit hinten. Hab gesagt, aus Springbank kommt es natürlich nicht mehr so häufig ran. Im dunklen Lagern funktioniert. Rauchlevel ist bei beiden relativ ähnlich. Ich finde den, wie gesagt, schon kantiger, cremiger. Ich würde sagen, der hat nochmal eine Schippe mehr Kraftausdruck vielleicht. Was hier natürlich beim Blend auch so ein bisschen harmonisierter ist. Wenn ich nochmal zurückgehe. Ja, diese dunklen Anteile, die Cherry-Anteile, die macht es wirklich auch in einem gewissen Bereich, wo man sagt, die Whiskys lassen sich nicht vergleichen. Das sind einfach unterschiedliche Produkte. Kannst du nicht eins zu eins nehmen. Auf der anderen Seite, der Rauch, du kannst hin und her wechseln. Der gehört schon dazu. Könnte man einfach sagen, das ist vielleicht ein jüngerer Springbank, was auch immer. Ob da wirklich Glänzkoscher drin ist. Ein Löffel oder so. Andere Rezeptur, je nachdem, wie sie es herstellen. Na, schwierig. Wir waren ja bei Springbank. Im Grunde haben die ja ihre Badges vor. Oh, Montag, wir machen ein bisschen Longrow, peated. Danach nehmen wir Malz ohne peat. Kann dann der Springbank noch den Restrauch irgendwie zum Saubermachen mitnehmen. Und danach hauen wir den Hazelburn rein. Beziehungsweise, ich glaube, irgendwie andersrum ist es. So gehen sie ihre durch. Dann wird gereinigt. Andersrum macht es wahrscheinlich mehr Sinn. Aber immer das gleiche Verfahren. 40 Jahre, die gleiche Rezeptur. Das hat sich bewährt. Alles gleich. Das Einzige ist die Malzmischung, was anders ist. Mal Röstmalz mal nicht. Und danach ist Fass in das. Das reinkommt, was auch nochmal unterschiedlich ist. Fermentationszeiten und so weiter, überall gleich. Von daher, irgendwas ist in dem Campbelltown Loch drin, wo du sagst, ist es nur das Sherry-Süße, Röstarom-Artige, was wirklich sagt, ich bin was anderes? Oder ist da wirklich auch ein gewisser Anteil drin, der dazu führt, dass er doch nicht eins zu eins, also wenn man den Campbelltown Loch kauft, vielleicht gehen wir mal ins Fazit. Wenn ich den kaufe, aber ich muss nochmal süffeln. Einmal ein bisschen machen. Macht auf jeden Fall Spaß. Der Rauch ist auf jeden Fall identisch. Also wir haben, wie gesagt, ein Springbank-Produkt, steht ja auch drauf, Springbank Distillery und und jada, jada, jada. Was die fünf Anteile sind, weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß, schreibt es gerne rein. Vielleicht ist es auch nur Springbank, Klein, geil. Sie mischen alles durch, Familie Mieters. Gar kein Klein-Skoscher drin. Man kriegt auf jeden Fall aus dieser Familie, wenn ich sage, ich will mal ein Campbelltown Whisky probieren, ein gutes Produkt. Schmeckt, ist süffig, ist rund. Gerade hier tolles Badge, würde ich mir sogar nachkaufen. Ist ja immer die Frage, kauft man sich Whisky nach? Per se muss ich sagen, jo, den kann man sich schon mal irgendwie wegstellen. Gerade wenn man überlegt, wo die Springbank-Preise hingehen, jetzt nicht als Wertanlage versteht. Wir wollen den Spaß trinken. Und ich habe halt, also 80 Euro oder sowas braucht man dafür nicht bezahlen. Das würde ich auch hierfür nicht bezahlen. 39 Euro war die Flasche damals hier. Aktuell war hier die Flasche 39 Euro. Wie gesagt, das kann auch sich unterscheiden. Das sind Online-Preise manchmal, die dumpen. Ich habe den halt wegen einem unabhängigen Abfüller, den ich wollte, mitgenommen, um den Versand zu sparen. Dann auch so, muss man ehrlich sein, habe ich auch mal gemacht. Habe gedacht, komm, Campbelltown-Loch will ich immer mal probieren. Schwanken die Bitches. Ist es dann doch enttäuschend, die Leute sagen, musst du mal probieren, ist gut. Ja, kann ich mitgehen. Gehe ich voll mit? Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe, meine Erwartungen waren vielleicht auch einfach ein bisschen weniger. Und dann hat der abgeliefert, so in dem Sinne. Ich finde auch den Sherry-Anteil gut. Für jeden, der sagt, boah, ich habe einen Springer in 10 zu Hause. Ich möchte was zu vergleichen. Meiner Meinung nach, wenn man jetzt einen Springbank 15 hätte, könnte man schon sagen, ich probiere den, dann den. Dann den Springbank 15, hast du ein tolles Line-Up. Springbank 15 ist halt auch teurer geworden. Ist auch viel intensiver. Kann man da nicht eins zu eins vergleichen. Aber so der Aufbau, der Wechsel dazwischen würde er auf jeden Fall passen, wenn man sagt, ich möchte die Whiskys mal vergleichen. Mir hat es Spaß gemacht, einfach mal hier so Springbank mit reinzuwerfen. Zu gucken, ist es eine Alternative. Was sage ich? Jo. Ist natürlich, man muss auf Sherry-Whiskys stehen. Wer hier nicht auf Sherry-Whiskys steht, der braucht damit natürlich nicht herangehen. Es ist auch kein Ersatz. Aber es ist, wenn ich noch nie ein Whisky aus Campleton probiert habe, eine gute Möglichkeit, in dieses Springbank-Profil reinzukommen. Mit einer guten Qualität. Ob ich das jetzt unbedingt haben muss, muss ich unbedingt ein Springbank. Wir haben hier ein 40-Euro-Produkt, wo man sagen kann, ich kann damit Spaß haben. Schmeckt gut. Es zeigt mir Stile, die ich sonst nicht bei jeder Brennerei kriege. Also von daher, von mir eine klare Empfehlung. Campleton Loch. Das Badge aus dem Juni 2022. Vielleicht hat das jemand im Glas. Hat das vielleicht auch zu Hause. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich freuen, wie ihr die Aromen seht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war es mit dem Video. Schaltet gerne demnächst wieder ein und macht es gut. Tschö.